hallo und herzlich willkommen zurück bei shazadi spielt no man's sky immer noch mit dem frontiers update und ja wir sollen ja hier für unseren waffenmeister geraten jagen das machen wir jetzt auch wollte das nur in der letzten folge nicht mehr tun weil wir die schon überzogen hatten wieder und ja die piraten und ja nicht ab den gefallen tun sie uns ja nicht und daher war die erste bedrohung ist schon hinüber die zweite auch zum waffenmeister zurückkehren was das war es ok weil sie meinen steil erreicht wie schon gekillt hat sich raumschiffe zerstört alles klar so die schaltplatte macht uns noch sorgen wissenschaftler ist erst hier hier haben wir noch basis pharma in raumstationen sauerstoff verarbeitet haben wir gebaut okay alles klar ich hätte mal bock auf ein neues system wir schauen mal da soll ich hin ja da können wir ja auch hin und teleportieren also da muss ich jetzt kein worpi dorpi für ausgeben dann fliegen wir zur raumstation wieder unten hin mein frachter hängen und dann vielleicht auch noch mal die anomalie rufen weil diese schallplatte lässt mir jetzt natürlich auch keine ruhe also ich weiß jetzt auch gar nicht wie ich die wirklich wo ich die herbekommen soll deswegen dachte ich wir gucken mal in der anomalie ob es dafür irgendwie baupläne gibt aber ich wage das auch mal zu bezweifeln da sind wir wieder und ich hätte vielleicht auch mal wieder bock auf irgendeine mission in der anomalie ein farmer so wo sollten wir hin dominante lebensform dann düsen wir dort doch mal hin so 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 na ich glaub dich suche ich freund du hast arbeit für mich ja ich habe in den besten küchen und gärten in zwölf systemen gedehnt und in jedem davon preisgekröntes essen gekocht ich produziere alle meine zutaten selbst stellst du mich ein ja der gag beginnt glücklich zu zirpen als er mich sieht er verspricht mir dabei zu helfen die unterschiedlichsten nutzpflanzen auf meiner welt anzubauen anscheinend wurden der nötige papierkram bereits erledigt der farmer bietet mir an in meine welt zu kommen und mein landwirtschafts terminal zu nutzen darfst du ich danke dir mein freund das werden weder du noch dein magen bereuen ja ich das hoffe ich doch mal sehr stark so so wieder was erledigt darauf müssen wir noch warten dann müssen wir wieder zurück oder wie ne ja ich würde aber trotzdem glaube ich gerne mal hier kurz die anomalie rufen planeten entdeckt vier von sechs will noch zwei planeten also jetzt ein planet das hat man da erst neu also beziehungsweise noch unentdeckt von uns planeten kopf 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 Wow. Die Planeten sehen von Weitem immer so klein aus. Und wenn man dann dahin kommt, sind die eigentlich riesig. Die sind nur ewig weit weg. Viel drauf geben tut es auch nicht. Na, ich bin gespannt. Interessantes. Eingehende Nachricht. Ah. Gehe ich zu starten. Ein Freund, bitte. Was? Der Pilot bereitet seine Handelssysteme vor. Seine Fracht ist bereit zur Inspektion. Was hast du denn dabei? Gag, gag, ausrangierte Schallplatte. Ich brauche aber eine normale. Filzschimmel, Gamma. Der hat Solanium. Das ist alles, was du hast? Nachfrage plus 100. Große Nachfragen nach Technologie. Ich nehme einen mal mit. Ich möchte gerne mal wissen. Können wir dem irgendwas verkaufen? Wir können das bei dem schon wieder mit plus 83 verkaufen. Was ernsthaft? Was ernsthaft? Nein, doch nicht. So. Sonst haben wir gerade nichts zum Verkauf. Nö. Nö. Der Ulkik. Wo ist denn jetzt unser Planet, wo wir eigentlich hinwollten? Der da. Immer diese, immer diese Händler on, 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 on the fly. Ding der Bazaar quasi. Wer weiß, ob diese Sachen alle legal besorgt wurden. So, ich will hier nochmal kurz landen und mir das mal angucken. Wo ist das? Oh. Hier landen wir mal. Ja, sieht ja mal steil aus. So mitten im, mitten im Nichts. FK, neue Entdeckung. Juhu. Oh, 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 oh. Hier scheinen wir aber nicht sehr viel zu haben. Die Gravitation ist gleich null. Wupser. Hallo. Ja, das sieht steil aus, oder? Das Teil. Ich finde das nice. Aber, ach, sind es von hier fast noch schöner. Alter, wir sollten echt aufpassen, wie wir hier hüpfen. Man hat hier ja überhaupt keine Schwerkraft. Schließlich. Ja, das ist nice, oder? Ja, hier her. Holen. Ah. Ja. So ist schick. So ist schick. Jetzt holen wir hier erst mal. Und ein wenig Wissen ab. Gag-Wörter. Alles klar. Wie viele Wörter? 100 Wörter haben wir jetzt schon gelernt. Respekt. Das ist ordentlich. Da, dener. Wurz nacht. Untergebener. Der Gag erster gebrüteter Hilfe geben. Eine abgenutzte Klaue greift nach mir, obwohl sie nur noch aus Fragmenten besteht, hält sie mich fest, während ein Metall-Schnabel aus dem lebenden Felsen hervorkommt. Die Metall-Hand löst ihren Griff und schnappt sich mein Geschenk. Möglicherweise habe ich ein uraltes, böses, friedlich gestimmt. Du hast das Atlas-Wort für Atlas. Was? Atlas-Wort? Atlas-Wort? Hab ich das jetzt richtig gelesen, oder? Oh. Oh, wir haben auch noch einen Frachter. Schauen wir mal, was man hier braucht, um die Sachen zu öffnen. Wenn ich es zufällig dabei habe, ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Wir haben mal eine Frachtkapsel. Die Frage ist nur, von wo, wenn sie geöffnet werden. Augenscheinlich nicht, aber an dieser Seite. Na, super. Na, super. So, mal gespannt. Was wollen wir? Romatisches Metall. Oh, das haben wir natürlich in Rauenmengen. Instabiles Gel. Ja, ich komme gerade nicht hier raus. Ja, beruhigt dich. Ich habe da nicht rausgefunden, wenn man sonst noch irgendwo. Ach, ich habe es aber, das war die, die wir gerade hatten, oder? Nee, da ist noch eine. So, wir kommen aber einfacher dran. Säure. Habt ihr nicht vielleicht irgendwie mal eine Halbtafel für mich? Danke. Den Sachen kann man nie was anfangen, ne? Schade. Hallo. Baumschiff, starttreibend. Aber, mäh. So, ähm. Ah. Haben wir denn noch eine? Hinten. Hinten. Haben wir jetzt keine mehr? Blüsterndes Ei. Ahm. Da haben wir noch einen. Auf der anderen Seite. Was nimmt eigentlich der Streublaster für eine Munition? War keine, ne? Macht es einfach nur Nahkampfwaffen auf. Okay. Wer sein kann, der benötigt irgendwelche Munitionen oder so. Braucht unser Bezwerfer ja auch. Na mal schauen. Kommt hierher. Wir machen hier ein stabiles Gel. Raumschiff, starttreibstoff. Das kommt ins Raumschiff. So. Mama. Munits. Munits sind immer gut. Ja, alles gut. So, hat man noch irgendwo was? Da hinten, ne? Man ist aber so ganz weit weg. Oh, hier muss man echt aufbauen. Da hinten, das ist also nicht aufpassen. Ah, wupp. Gut. Dann nehmen wir die nochmal frei. Ah, ja. entsprechend auch gut wieder weg noch mal ein stabiles gehen was wird das instabile gel benötigt man dann mal schauen da ist noch eine aber immer immer mitnehmen den start hängt es geschenkt das war aber jetzt heißt das eis okidoki dann gehen wir mal wieder in unser raum hier ist jetzt gar nichts großartiges wenn impuls antreten brauchen wir auch mal ein upgrade oder so das packt man da rein das machen wir weg heißt das eis 320.000 units aus angereicherten kohlenstoff und stickstoff als interessant das ding bin ich mal gespannt ob man das irgendwo verkauft kriegen oder 1000 units weiß vielleicht braucht das ja jemand wo ich ein nicht verkauft ist mir macht es einfach mehr mülltestes inventar zu verdünnte seite säure zur hochstrom erzeugung in der diversen energiezellen 25 mordit und 600 pilzschimmel reich an energie als auch gefährlich aus kaktusfleisch hergestellt eigentlich gar nicht alles gar nicht so so mega umständlich wenn man die baupläne dafür hat ja da ist das war doch auch mal wieder ein schöner ausflug muss man auch zwischendrin mal machen ja aber die folge ist auch schon wieder rum und dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne daumen nach oben da und durch auch die anderen videos auf meinem kanal an und wenn euch gefällt was ihr seht würde ich mich über ein abo natürlich am meisten freuen beim abonnieren glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns dann das nächste mal habt bis dahin eine schöne zeit eure shazadi ciao 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 ciao